Neueste Fotos zeigen, dass Christian Bale ordentlich zugenommen hat. Ich habe einfach jede Menge Kuchen gegessen, erzelte er beim Toronto International Film Festival. Der Grund, eine neue Filmrolle. Er verkrippert in dem Biopic-Backseat den ehemaligen, dicken Vizepäsidenten Dick Cheney, 76. Er war von 2001 bis 2009 der 46. Vizepäsident der Vereinigten Staaten unter PR-Sident George W. Bush. Der Film soll ein C.H.S.T.S. Jahr in den Kinos starten. Es ist nicht das erste Mal, dass Christian Bale F.R. eine Rolle sein Aussehen wehrenderte. Zuletzt musste er 2013 F.R. den Film American Hustle 2013 einiges an Gewicht zulegen. 2004 nahm R.F.R. den Kinostreifen der Maschinist fast 30 Kilo 2004, ab. Darin sc.h. elpfte er in die Rolle eines abgemagerten, schlaflosen Fabrikarbeiters. Wippelt des Tages